Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu unserem diesleuchtigen Open House hier live auf Instagram. Wir haben wunderbares Wetter erwischt an diesem Muttertag und wünschen erstmal vom gesamten Team der PAI allen Müttern einen tollen wunderbaren Muttertag. Wir wollen Ihnen heute einmal zwei Mietwohnungen hier in Aachen zeigen direkt im Zentrum auf der Wilhelmstraße, aber Sie brauchen keine Sorgen haben bezüglich der Belästigung. Sie finden uns in zweiter Baureihe, was Sie gleich auch noch einmal zeigen wollen. Wir haben einmal zunächst eine Drei-Zimmer-Wohnung hier mit 100 Quadratmetern, die wir Ihnen zeigen und anschließend die Nachbarwohnung tatsächlich mit 72 Quadratmetern und zwei Zimmern. Folgen Sie mir gerne einmal hinein. Wir gehen jetzt durch diese Doppelflügeltür der Terrasse in das erste Schlafzimmer. Das ist das Elternschlafzimmer, überall Papettboden, wunderbar Ruhe, drei Meter pro Denkling, sogar mehr als drei Meter und natürlich dann überall diese LED-Spots verbaut, damit man sich hier in die Lampe aufhängen müsste. Angrenzend an das Elternschlafzimmer haben wir direkt auch schon das Kinderzimmer oder alternativ auch das Büro. Auch von hier haben wir Zugang zur 20 Quadratmeter großen Terrasse, genauso wie vom Wohnzimmer, was Sie uns jetzt im Anschluss einmal ansehen wollen. Auch das Wohnzimmer verfügt über eine superschöne Größe. Da können Sie bequem ein Essdicht gegebenenfalls hinstellen. Sie können trotzdem noch Ihre Taunche oder Sofaecke aufbauen und haben einen Ausweichenplatz, sich auszubreiten. Vom Dienbereich gehen auch alle Räumlichkeiten ab, so wie auch unser Badezimmer zu Ihrer Linken. Das habe ich selbst, wurde 1937 erbaut und im Jahre 2011, wie man sieht, noch einmal komplett auf links gedreht. Deswegen haben wir hier den Einpauscharme mit dem modernen Verbunden, so auch hier im Badezimmer. Superhelden, Bademöbeln und Badewanne sowie Tuscheläufe. Dann geht es einmal weiter, hier entlang zu unserem schönen Abstellraum, praktischerweise direkt neben der Küche. Die gesamten Küchenmöbel sind im Mietpreis soweit enthalten, sodass Sie sich auch darum nichts kümmern müssen. Das ist alles dabei und verbleibt auch ohne Aufpreis in der Brüderung. Die Fenster selbst sind alle dreifach verglast, sodass Sie hier von keinen Geräuschen belästigt werden und für eine super gute Dämmung haben. Ja, da lassen Sie uns gerne einmal weitergehen in die benachbarte Wohnung, die wir uns jetzt einmal ansehen wollen. Dafür müssen wir einmal das Haus wechseln. Wir haben nämlich drei Häuser hier, die insgesamt zusammengehören, unter anderem dann auch die besagte Wohnung, zu der wir jetzt einmal gehen. An der Stelle zeigen wir noch gerne einmal das Treppenhaus, denn auch das wurde 2011 umfassend verschönern zu saniert. Wie man sieht, hat man sich auch da sehr viel Mühe gegeben, was echt sehr ansehnlich ist. Das ist eine Treppenstufe und kommen dann hier vorne in den Eingangsbereich des Hauses, wo ich Sie einmal vorgehen lasse. Wir haben hier vorne den Stellplatzhof. Das heißt, Sie müssen sich auch sehr sorgen, um Parkplätze zu machen, wie es hier in Aachen in der City schon mal häufiger ist. Sie haben ja bequem einen Stellplatz, den Sie anmieten können und dann hier parken können. Tatsächlich sieht man hier vorne auch ein wenig die Wilhelmstraße, die dort vorne verläuft. Das heißt, wir sind hier in zweiter Baureihe, Sie würden hier hineinfahren und dann entsprechend hier parken und in Ihr entsprechendes Wohnhaus hineinlaufen. Dann geht es einmal rum, hier oben in das zweite Wohnhaus. Dann haben wir jetzt auch die Treppeneimer nach oben. Auch hier dieselbe Etage, das heißt, auch hier befinden wir uns im Erdgeschoss. Parklicherweise direkt hier vorne. Auch hier in diesem Treppenhaus sollen wir noch einmal darauf hinweisen, dass es echt schön und durchdacht gestaltet wurde. Lass ich Sie auch noch einmal einen Blick hineinwerfen. Und hier geht es direkt einmal hinein in die zweite Wohnung. Wie gesagt, noch mal zur Erinnerung, zwei Zimmer, etwa 72 Quadratmeter Größe. Wir haben hier erst noch unseren wunderbaren Reingangsbereich und auch hier, wie in der nachbarten Wohnung, Fußbodenheizung. Ich fühle Sie erst einmal hier vorne wieder auf den Balkon, beziehungsweise die Terrasse. Wunderbar nach vorne gerichtet, sodass Sie auch hier die Sonne dann haben, entsprechend wenn die Sonne wandert. Hier bekommt man auch nicht allzu viel von der Geräuschkulisse mit. In Ihrem Rücken befindet sich auch hier wieder die Küche. Das selbe Prinzip wie in der benachbarten Wohnung. Die Küche ist im Mienkreis und Heiden. Alles sehr hochwertige Immobiliare, alles gestart. Und alles, was man braucht. Angrenzend direkt an die Küche haben wir auch hier einen Abstellraum mit einer Schiebetür. Und dann geht es auch hier einmal weiter zurück in den Reingangsbereich. Dann haben wir hier direkt angrenzend unser Badezimmer. Ähnlich ausgestattet, wieder mit bodentiefer Dusche, wieder mit Badewanne. Alles auch hier sehr hochwertig gestaltet. Zu meiner Linken befindet sich dann noch der Schlafraum. Auch dieser ist sehr schön geschitten, sodass Sie hier ein großes Ehebett abstellen können. Hier im großen Kleiderschrank. Das passt alles perfekt hier hinein. Das war die Tür wegen dem Durchzug der Terrassentür. Wo wir jetzt auch am Ende ausgehen. Das heißt, wir haben hier zwei Terrassen. Einmal nach vorne, einmal nach hinten. Und auch hier wieder sehr ruhig. Von hier aus können wir auch die Terrasse der Nachbarwohnung noch einmal sehen. Auf der wir uns eben befanden. Und die wundervolle grüne Oase, die wir hinten haben. Weil wir überall die ganzen Objekte, die Innenhöfe oder Hinterhöfe in diese Richtung gerichtet haben, haben wir hier keine Geräuschkulisse. Ja, das wären tatsächlich schon die zwei Mietwohnungen. Selbst wenn jetzt eine der beiden Mietwohnungen nicht für Sie gewesen wäre, können Sie sich gerne bei uns auf eine Warteliste setzen lassen. Denn in diesem Objekt werden immer mal wieder Mietwohnungen frei, sodass Sie uns dann entsprechend bei Ihnen melden können. Wir haben hier Wohnungen von 72 bis 120 Quadratmetern. Also verschiedene Größen, verschiedene Anforderungen können da erfüllt werden. Also zögern Sie nicht. Melden Sie sich gerne bei uns unter 0241 400 870 oder Sie melden sich über unsere Website www.piai24.de Und dann helfen wir Ihnen sehr gerne weiter. Ansonsten, ja, verbleibt es uns nur noch, Ihnen einen wundervollen Resttag zu wünschen bei diesem tollen Wetter. Genießen Sie das Wetter und es würde uns freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten. Bis bald!